Willkommen meine Damen und Herren, ich bin Ihr Moderator für diesen heutigen Abend. Mein Name ist Erik aka ZigZerek und da wir super viel zu bereden haben, fangen wir direkt an. Die besten Startwaffen im Quickshop sind die C-32 Bolt Action und die AR-55. Ich nehme gerne ein Zweifachvisier auf die Waffe und dazu einen schweren Schnelllader. Was bei der C-32 auch zu empfehlen ist, ist der taktische hintere Griff, damit man schneller ans ADS geht, also schneller zielen kann. Absolut zu empfehlen bei dieser langsamen Waffe. Bei der AR-55 versuchen wir weitestgehend den Recoil, also den Rückstoß zu verringern. Das heißt, wir machen entweder einen Rotpunkt oder ein Zweifachvisier drauf. Ein Abgehenwinkelstern, Frontgriff, um den Rückstoß zu verreduzieren. Auch hier den taktischen hinteren Griff, damit man schneller ins Visier kommt. Und den Standard schafft, um den Rückstoß weiter zu reduzieren. Für mich außerdem unentbehrlich der mittlere Schnelllader, um schnell nachzuladen. Also diese Magazine machen so viel aus und verkürzen die Ladezeit wirklich extrem. Was Heilung angeht, nämlich mindestens einen Koffer und fünf Spritzen mit. Der Koffer für schwere Verwundungen, die Spritzen für kleine Verwundungen. Das Schöne ist, dass man diese Heilung abwerfen kann, sobald man Platz braucht. 20 Kilo wiegt der Koffer, 20 Kilo spart man sich also, wenn der Rucksack mal nicht ausreicht, für weiteren Loot. Möchte man einige Spritzen wegwerfen, einfach Shift und Linke Maustaste zum Auftrennen der Spritzen. Und man kann zum Beispiel einen Teil der Spritzen wegschmeißen. Was die Rüstungen angeht, empfehlen wir auf jeden Fall immer mindestens eine weiße Rüstung zu nehmen. Besser natürlich die grüne. Aber weiter als die blaue sollte man momentan nicht gehen. Also die blaue Rüstung mit dem blauen Schild und dem blauen Rucksack ist momentan the way to go. Alles was da drüber geht, also die zwei besseren Klassen, bringen nicht mehr viel. Was bessere Heilung angeht, sind hier die grünen Spritzen zu empfehlen. Die grünen Spritzen sind momentan die absolute Meta. Und ersetzen hier ganz locker den Koffer und die grauen Spritzen. Damit kommen wir auch schon zur ersten Fraktion, die man leveln sollte. Und zwar Osiris, die Wissenschaftsfraktion. Die Fraktionen bieten euch einmal Kampagnen an und Jobs, um weiter voranzukommen. Und in der Kampagne ist es so, dass man diese wichtigen Items freischaltet. In dem Fall hier stimulierende Entwicklungen in der Osiris-Kampagne. Schaltet euch die grünen Spritzen frei, die so unglaublich wichtig sind. Während die Missionen in der Kampagne Stück für Stück freigeschaltet werden, werden die Jobs-Warschufe 3, 5 und 12 freigeschaltet. Diese unterteilen sich in leicht, mittel und schwer. Wobei nur die schweren Jobs wirklich lukrativ sind. Hingegen leichte oder mittlere Jobs können sehr teure Ressourcen verbrauchen oder euch relativ geringe Belohnungen geben. Also passt auf, was ihr hier abgebt. Was man hier immer annehmen kann, sind Kill-Missionen. Wie zum Beispiel hier die Populationskontrolle auf leicht. Ein Verrasseler jagen. Das tut keinem weh und gibt Ressourcen. Neben Missionen und Jobs kann man auch über das Verkaufen von Items die Fraktion leveln. Entscheidet euch also zuerst für eine Fraktion, die ihr leveln möchtet. Und verkauft dann nur bei dieser einen Fraktion. Haut eure Sachen, die ihr verkaufen möchtet, raus. Und ihr seht, dass ihr neben Geld noch Forschungspunkte bekommt und damit die Fraktion weiter levelt. Wenn man sich jetzt überlegt, welche Fraktion soll ich denn nun leveln? Dann ist es so, dass man grundsätzlich alle drei Fraktionen erstmal auf Level 12 bringen sollte. Denn hier kriegt man die schweren Jobs und die sind wirklich sehr lukrativ. Also erstmal alles auf 12. Ansonsten guckt euch an, welche Waffen ihr gerne spielen möchtet. Denn primär werden Waffen freigeschaltet. Das heißt, die Waffen entscheiden sozusagen euren Weg nach oben. Wenn wir einen Blick auf die Osiris-Waffen werfen, sehen wir schnell, dass wir hier gute und günstige Waffen haben. Von der Scarab angefangen bis über die Manticore. Eine gute Meta-Waffe für das Midgame. Facing Lane ist eine sehr, sehr starke PvE-Waffe. Die Flechette Gun, eine meiner persönlichen Lieblingswaffen, die wir übrigens bei Level 12 erreichen. Also auch da, wo wir die schweren Jobs freischalten. Ich habe ein Video übrigens für alle Osiris-Waffen hier oben nochmal verlinkt. Also da könnt ihr mal vergleichen, wie das Ganze aussieht mit den verschiedenen Aufsätzen und wie sie sich verhalten. Die zweite Fraktion, die es meiner Meinung nach lohnt zu leveln, ist die ICA. Hier bekommen wir die besten Waffen im Spiel, aber leider auch die teuersten. Absolut zu empfehlen ist hier die ICA-Garanty. Für 31.000 Rubel am Anfang relativ teuer, aber die beste Waffe, um frühzeitig ICA-Kill-Missionen zu machen. Und an sich auch so ist die Garanty eine extrem starke Waffe. Im Grunde genommen betrifft das ja für jede einzelne Waffe zu. Laser Raider, Shatigan, Advocate sind alles, haben alle Alleinstellungsmerkmale. Und die Brute, die ist möglicherweise sogar momentan die beste Waffe im Spiel. Möchtet ihr eine Übersicht über die ganzen Waffensysteme haben? Wir haben natürlich eine Tierliste hier oben. Einfach draufklicken oder unten in der Beschreibung auf den Link. Die dritte Fraktion im Bunde ist die Korolev-Fraktion. Die Korolev-Fraktion war bekannt für ihre Waffen mit hoher Durchschlagskraft, hoher Penetration, also PvP-Waffen, die aber noch relativ günstig sind. Leider hat sich das Verhältnis momentan so ein bisschen gewandelt, sodass ich momentan nicht auf Korolev gehen würde. Ausnahme ist die KM9 Scrapper, die erste Waffe, die man aber auch relativ schnell freischaltet. Eine tolle Waffe auf kurze Distanz, kann überlegende Gegner Mühe und Lust zerlegen. Und wenn wir mal die KBR hinter uns lassen, eine auch sehr, sehr, sehr tolle DMR. Kommen wir bereits auf die Hammer und die Hammer hat auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ist nämlich eine Sniper-Waffe im Pistolenformat. Sehr, sehr leise, mit Schalldämpfer praktisch nicht zu hören. Eine tolle Waffe. Die Frage ist halt, wenn man seinen Fokus setzt auf eine Fraktion, ob sich Korolev in dem Fall lohnt. Wir werden sehen, was im Laufe der Zeit noch passiert. Sicher kriegen wir weitere Spelling-Sing. Aber momentan würde ich Osiris und ICI primär leveln. Wenn wir eine Fraktion komplett durchspielen, erhalten wir sozusagen die Endgame-Belohnungen. Das ist bei Osiris der Dungeon. Der Dungeon ist neu und sobald Osiris auf Maximum ist, kriegen wir Zugang. Bei Korolev ist das die Plattform, die Bohrplattform, die wir freischalten. Ein riesiges Gefährt, welches aus dem Weltraum runterrast und uns richtig viele Ressourcen bringen kann. Und bei der ICI ist es die Ölplattform. Ein relativ kleines, kompaktes Gerät. Weswegen ich das auch bevorzuge als Solospieler. Aber es ist etwas, was man auch alleine mal machen kann. Bringt ebenfalls sehr, sehr gute Ressourcen. Und ist nicht so riesig, dass man es über die ganze Karte direkt sehen kann. Also auch hier eine schöne Endgame-Belohnung bei der ICI. Das nächste, was absolut wichtig ist, ist das Leveln der Quartiere, der Residence. Hier möchte ich das Inventar besonders hervorheben. Weil wir hier einmal die Inventarkapazität, also das Lager insgesamt leveln können. Wie viel können wir lagern? Und glaub mir, wir haben ständig Platzprobleme. Also ganz, ganz wichtig, hier zu leveln. Und der Sicherheitscontainer, die Sicherheitstasche, die Kapazität können wir ebenfalls erhöhen. Also zwei sehr, sehr wichtige Bäume in der Inventarspalte. Für einen stetigen Item und Geldflos ist der erste Reiter interessant, der Generator-Item. Ich habe hierzu auch nochmal einen extra Guide gemacht. Oben wieder der Link, auch unten in der Beschreibung. Und zwar geht es darum, dass man hier Punkt 1, 3 und 5 beachtet. Punkt 1 gibt euch Geld, also K-Marken. Je weiter ihr das steigert, ihr könnt einen Generator bis Level 20 steigern, desto mehr Geld bekommt ihr pro Stunde. Der zweite gibt euch Aurum, also Echtgeld, Währung. Damit könnt ihr auch Skins kaufen. Ihr könnt euch damit den Battle Pass freischalten. Ihr könnt damit Versicherungen freischalten. Also auch hier bis Level 20 steigerbar. Und das letzte sind die Vorratskistenverbesserungen. Die geben euch zufällige Items. Und je höher das Level ist, desto besser sind die Items in dieser Kiste. Bereits bei der ersten Steigerung könnt ihr zum Beispiel einen grünen Rucksack bekommen. Also das lohnt sich schon sehr, 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 diese Kiste zu leveln. Ein wichtiger Tipp, bevor ihr loslegt, überlegt euch, was ihr machen möchtet. Einen Druck auf WG öffnet euch eure Aufgabenliste. Orientiert euch so ein bisschen an den Quests und überlegt, welche Items ihr braucht für euer Hideout, also für eure Quartiere und für die Quest. Damit ihr ungefähr wisst, was ihr in der Runde machen möchtet, bevor ihr die Runde startet. Auch sehr interessant ist die Sicherheitstasche, die ihr bereits vor dem Betreten der Runde beladen könnt. Ihr könnt zum Beispiel hier einen Schalldämpfer reinpacken, um im Notfall einen Schalldämpfer mitzuhaben. Oder Items für tote Briefkästen mitnehmen, damit ihr die beim Todesfall nicht verliert. Eine große Bitte, geht bitte nie nur mit einem Messer rein, es lohnt sich absolut nicht. Die K20 kostet nur 500 Mark, also mindestens die K20. Und ein Rucksack mitnehmen, dazu etwas Munition und die 5 kleinen Spritzen. Das wäre so das Minimum Budget, Extreme Budget Loadout, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr so einen billigen Run machen möchtet. Eine günstige Standardroute wäre das AR-55, weiße Rüstungen, ein bisschen Heilung und Munition. Denkt daran, die Sachen mit Geld zu versichern. Aurenversicherung lohnt sich hier nicht unbedingt. Die nächst bessere Kombination wäre das Scharfschützengewehr mit einer beliebigen Zweithelfel zu kombinieren. Eine richtig schöne Bombo-Kombo, sehr sehr stark im Spiel. Wenn es euch besser geht, ist die Manticore in Kombination mit grüner Rüstung und Rucksack und den grünen Spritzen eine sehr sehr schöne Kombination für das Midgame. Natürlich auch hier sehr sehr schön kombinieren wir mit dem wunderbaren C-32 Scharfschützengewehr. Und wenn wir das Ganze nochmal an Punkt steigern, sozusagen ins Lategame gehen, dann kommen wir zu den blauen Rüstungen. Und ich sage Lategame, weil es gibt zwar noch zwei bessere Rüstungsklassen, aber sie bringen euch nicht mehr so viel. Das heißt blaue Rüstung mit einer der besten Waffen, die ihr spielen könnt. Und dazu ein bisschen Heilung, genug Munition und ein, zwei Granaten. Das wäre das Loadout für das Mid- und Lategame. Und damit seid ihr absolut auf der sicheren Seite. Möchtet ihr jetzt eine Runde starten, müsst ihr nicht immer auf die Konsole klicken, sondern einfach auf Tab drücken, unten links auf nach Fortuna, die Karte auswählen, Karte wählen, besichern und starten. Eure Sicherheitstasche ist eine kostenlose Stash-Erweiterung. Hier könnt ihr zum Beispiel Berechtigungsscheine mit 0 kg lagern und zwar in unendlicher Menge, genauso wie die antike Währung. Außerdem habt ihr dann immer Bares in der Tasche. Das Rennen ist grundsätzlich sehr laut, durch normales Gehen werdet ihr sehr viel weniger gehört. Achtet etwas auf euer Ausdauermanagement, denn seit ihr einmal außer Puste, ist das Atmen auch sehr sehr laut und extrem gut vom Gegner zu hören. Beim Mineralienabbau müsst ihr nicht den kompletten Stein zerhauen. Es reicht das Herausnehmen der Steine und der Stein löst sich komplett auf. Blumen sind klein und wiegen nichts und sind damit das perfekte Item für euren Sicherheitscontainer. Leuchtende Spuren führen zu einem Ei. Folgt den Spuren und ihr findet ein seltenes blaues Ei. Selbst wenn sie wie in diesem Fall nicht leuchten, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch da, dass das Ei noch da ist. Ihr könnt grundsätzlich mit jedem Landungsschiff entkommen, das heißt, Landungsschiffe eures Feindes sind eure Freunde. Ihr habt es irgendwie bis hierhin geschafft und möchtet vielleicht noch mehr sehen. Wir machen Guides zu den Fraktionen, zu den Waffen, zu den Rüstungen, zu den Settings. Haut gerne ein kostenloses YouTube-Aberaus. Ich würde mich sehr sehr freuen und es motiviert unglaublich, weiteren Content zu machen. Mit einem aufgeladenen Messerschlag macht ihr mehr Schaden. Gerade die Strider aka Schreiter sind damit One-Hit, wenn man sie denn auch trifft. Ei, ei, ei. Heilpflanzen heilen euch. Einfach daneben stellen, relaxen, entspannen und heilen lassen. Die Schwierigkeit einer Region bestimmt euren Loot. Dabei unterscheiden wir zwischen 5 Tierstufen 1 bis 5 von leicht bis ultraschwer. Ja, je höher die Tierstufe, also je schwieriger die Region, desto, ei, ei, desto schwieriger, desto besser ist der Loot. Schlüssel findet ihr in Koffer, Taschen und in diesen Jacken. Diese Jacken werden oft übersehen, also achtet darauf, dass ihr die Jacken immer öffnet. Schlüssel mit einem gelben Rand sind Bright Design Schlüssel, also für die erste Map, für die leichte Map. Und Schlüssel mit einem blauen Rand sind Crash and Falls, also für die zweite Map, für die schwere Map. Da wird jeweils eine Tür mit geöffnet auf diesen Maps und ihr müsst bedenken, der Loot in den Räumen, wo ihr eine Tür öffnet, ist grundsätzlich eine Tierstufe höher, also wertvoller, als das Tier drumherum. Das heißt, während Dschungel momentan Stufe 4 ist, ist ein Raum im Dschungel, also die Kisten, die in dem Raum sind, bereits Tier 5, Stufe 5. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, welche Items sollen wir verkaufen? Ich mache es so, dass ich immer 10er Stapel bilde von Items und wenn ich dann 11. bis 12. habe, dann verkaufe ich die. Aber auch das reicht auch nicht, wir brauchen mehr Platz und da stellt sich die Frage, was sollen wir behalten? Und da ist ganz wichtig, die Regel, behaltet nichts für Jobs. Also Jobs sind wirklich unwichtig, sondern haut alles raus für die Quests, für die Quartiere und für das Crafting. Ich verlinke euch eine Liste unten in der Beschreibung, was sozusagen alle Items in der Übersicht hat für die Quests. Da habt ihr so ein bisschen Überblick, aber denkt dran, ihr braucht eigentlich fast alles, aber vielleicht hilft euch das eine oder andere. Ich möchte euch unabhängig davon trotzdem ein paar wichtige Items zeigen, die nämlich normalerweise oft zu finden sind, aber ultra selten sind, vor allem auf der ersten Map. Und zwar ist das erste Item, was wichtig ist, der Nährstoffriegel. Wenn ihr welche findet, nicht verkaufen, sondern behalten, braucht ihr ganz oft fürs Hideout. Das nächste Item ist der Aluminiumschrott und zwar ist es so, dass dieses Item zwar gewöhnlich ist, aber auch ultra selten zu finden ist. Das heißt, ihr braucht dieses Item für Quests, für eure Hideout, zum Craften von blauen Rüstungen, für alles mögliche. Und es ist selten, also behaltet es, wenn ihr mal Aluminiumschrott findet. Smartes Gewebe ist selten und ihr braucht es für so viele Sachen, für eure Hideout, für Quests, wie immer. Und auch zum Craften von Gegenständen, für den Schalldämpfer braucht ihr es mein erster Schalldämpfer. Also mein erstes smartes Gewebe, habe ich ja in den Schalldämpfer investiert. Also smartes Gewebe auch um Gottes willen bloß behalten. Was ich auch dringend empfehle zu behalten, sind die höherleveligen Ressourcen. Zum Beispiel reden wir da von Titan, von Feltizid, von Nickel, alles was sozusagen überkammend ist, also übergrün sogar noch, solltet ihr auf jeden Fall behalten, weil ihr später relativ viel davon braucht. Und ihr wollt nicht in die Bedrohle kommen, dass ihr da nichts habt und dann tagelang farmen müsst. Also behaltet auf jeden Fall einen 10er Stapel von selteneren Mineralien. Wo ihr auch noch Items braucht, ist die Crafting Station. Und hier ist es besonders wichtig, die Rucksäcke herzustellen, also mehr Kapazität mit in den Raid reinzunehmen. Der Mittelgroßrucksack, der grünen Rucksack ist relativ leicht zu farmen. Ihr braucht da nur zwei polymethanische Fertigteile. Kriegt ihr sehr oft auf der ersten Map. Und das veränderte Nickel, kriegt ihr auch sehr oft, wenn ihr Nickelberge zerhaut. Da ist immer mal wieder verändertes Nickel drin. Packt das in eure Sicherheitscontainer. Zwei Nickel für einen grünen Rucksack. Und ihr braucht praktisch nie wieder mit einem weißen Rucksack rumzulaufen. Es bringt unglaublich viel. Und ich möchte es nochmal betonen, der grüne Rucksack lohnt sich jedes Mal. Also nehmt einen grünen Rucksack mit. Die Kosten rentieren sich sofort. Was man in der Crafting Station auch noch craften kann, sind die grünen Helme und grünen Schilde. Grüne Helme relativ leicht auch hier zu craften. Enkärtete Metalle findet ihr massig. Und das Rückgrat, das ist das Rückgrat, was die Schreiter fallen lassen, findet ihr auch massig. Fünfmal Rückgrat, zwei Metalle. Und ihr könnt einen grünen Helm bauen. Ähnlich mit dem grünen Schild. Wieder die polymetallischen Fertigteile. Und auch hier fünfmal Rückgrat von den Schreitern. Das heißt, ihr könnt relativ früh bereits mit grünem Equipment rumlaufen. Ihr müsst nicht mit weißem rumlaufen. Es ist wirklich nicht so schwer, euch grüne Sachen zu craften. Denkt nur dran, immer wieder zu craften. Ein Craft dauert 15 Minuten. Immer craften, craften, craften. Wenn wir eine Stufe weiter gehen, kommen wir an den blauen Schild und den blauen Helm. Und hier brauchen wir das Aluminium. Wir haben es vorhin angesprochen. Relativ schwer auf der ersten Map. Auf der zweiten Map schon leichter zu finden. Und Rasslerhaut ultra leicht auf allen Maps zu finden. Zweimal Rasslerhaut, zweimal Aluminium. Und ihr habt einen Helm. Und dasselbe bei dem Schild. Hier brauchen wir zweimal Trübes Fertizid. Und fünfmal die Rasslerhaut. Sollte kein Problem sein. Ein bisschen schwierig wird der Zero-Systems-Prozessor. Aber ich habe das jetzt nicht speziell gefarmt, obwohl ich die ganze Zeit blau crafte. Trotzdem noch neun Stück davon. Also man findet es schon recht gut im Kommunikationsturm, im Dschungel, im Dschungelcamp. Also man kommt schon gut ran. Und ja, die blauen Rüstungen sind sozusagen the way to go für Mid- und Late Game. Also das wird euer Ding sein. Und dadurch, dass man die Sachen so gut craften kann, solltet ihr euch keine Sorgen machen später. Und denkt auch dran, das Ganze dauert natürlich ein bisschen länger. Also craften, craften, craften. Mein persönlicher Favorite allerdings, wenn ihr die Schalldämpfer noch nicht gefunden habt, das ist diesen hier zu craften. Ihr bekommt aber den kleinen Schalldämpfer und den großen Schalldämpfer. Die große Hürde ist hier das smarte Gewebe. Ich habe mein erstes smarte Gewebe direkt in einen Schalldämpfer investiert. Und seitdem gehortet in meinem Sicherheitscontainer. Also am Anfang macht das sehr, sehr viel aus. Vor allem für Solospieler. Das macht wirklich viel aus. Schlussendlich ist in der Crafting-Station noch der zweite Reiter so wichtig. Und zwar das Reparieren eurer Items. Nach jedem Raid geht ihr einmal in die Crafting-Station und repariert. Das heißt, ihr craftet einmal irgendein Item und ihr repariert euer Setup. Und damit seid ihr wieder ready to go für die nächste Mission. Wenn ihr das nicht macht, verliert euer Schild und eure Ausrüstung immer mehr an Haltbarkeit und ist irgendwann komplett weg und ihr steht nackt im Raid. Und bevor ihr nackt an Videos seid, hier noch ein Video-Vorschlag. Die Settings, wenn ihr die noch nicht kennt, guckt gerne rein. Die besten Settings, um Gegner besser zu sehen und um ein paar FPS rauszuholen. So der Standard momentan in der Season 1. Schaut gerne rein. Ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch alles Gute bei The Cycle Frontier und sage, bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao